Was geht ab, ihr schönen Menschen? Willkommen zurück zu einer Folge von Worms Clan Wars mit einem aus der Küste. Sepp, Wasser nach unten. Hau ihn weg, den Blauen. Ja, der steht da richtig gut, Sepp. Hau mal. Hau den Blauen da weg, Sepp. Hau mal. Hau den Blauen da weg, Sepp. Wieso macht der keinen Fallrückzieher mehr? Kein Fußballer. Warum? Jetzt, seriously. Warum? Schon mal ein Wurm-Fußballspielen sehen? Welche Tasse duchzen nur dafür. Links Shift zweimal. Eigentlich machen die Großen das vielleicht nicht. Ist das Links Shift? Ist das Backspace? Ich hab da im Kopf, dass da Backspace ist. Ey, was soll das jetzt? Guter Hit. Ein guter Hit. Kann man sagen. Wie macht ihr denn Doppelsprung? Muss ich sofort selber gucken. Das ging doch so. Hallo. Haben wir ihn hier. So. Boah. Da gibt's ja jetzt nicht so viel Spannend. Roger, jetzt mach mal einen Doppelsprung. Komm, zahm mal. Hä? Was ist das denn hier? Hä? Wo muss ich denn drücken? Ist die erste Folge geworden hier? Ist doch springen. Ach ja, da. Ach, awesome. Ja, keine Ahnung. Wo wirfst denn du jetzt hin? Na oben. Oh, viel zu weit. Das war aber auch ne knappe Geschichte, ey. Habt ihr mich so verwirrt? Was? Ey, das ist doch einfach nur springen. Du kannst doch nicht einprüfen, welche Tasten das sind. Das ist einfach so intuitiv. Ja, intuitiv. Wenn du das Spiel spielst. Da. Was drückst du, Peter? Linkschiff doppelt. Es war easy. Und halt die Richtung, die man gehen will. Okay. So schwer ist das doch nicht. Eigentlich nicht, wa? Aber Peter, guck mal, links sind doch richtig viele. Da sind zwei auf einmal. Ja, aber der will doch nicht seinen Wurm weghauen. Das ist doch nicht dein Wurm. Ey, der rote? Nee, das ist nicht dein Wurm, Peter. Peter, du jetzt auf die andere rechts fliegst. Aber vielleicht passiert das nicht. Dann Peter tötest. Oh, oh, Alter. Oh, Punkt. Schade. Hey, jetzt brennt meiner auch noch. Tja, Peter, hast du dir selber Schaden gemacht, ne? Ja, hab ich leider. Am Arsch. Bin bereit, dass meine Würmer Opfer verbringen. Alles klar. Ja, ich glaub, die werden jetzt Opfer bringen. Oh, scheiße. Was ist denn das hier für ein Minen-Gang? Ich geh jetzt ganz freiwillig hier runter. Das ist aber ein Lieber. Bram, wie macht man einen Doppelsprung? Okay, das war zu weit. In der Minen! In die Kiste! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war zu weit. Ich glaub, meiner ist tot sogar. Ganz freiwillig war das. Ey, meiner ist sogar tot. Oh mein Gott. Das war ziemlich nice. Oh, Bram. Ich wollte doch nur diesen kleinen Abhang da runter. Ganz freiwillig. Bram ist ein Gönner heute wieder. Gehen wieder alle nur auf Bram. Ja, selbst er. Ist echt krass. Okay, meiner ist jetzt hier unten drin. Mach mal so ein geiles Looping. Also ich würde teleportieren an deiner Stelle, Sepp. Putzelbaum. Ich glaub, ich spring einfach ins Wasser. Ja, kannst du auch machen. Das ist glaube ich die beste Option, die ich habe. Kannst du auch machen. Ich würd jetzt mal hier Doppelshift machen. Gehört, das geht. Let's go. Einfach let's go. Einfach die Kiste töten. Damit die keiner kriegt. Ja, ich mag aber auch keine Kisten. Mh. Finde die blöd. Wäre auch zu einfach gewesen für Jey, da einfach die einsammeln. Ja, in welcher bei den Loch, da habe ich keinen Bock drauf. Ich mag keine Löcher. Aber da ist richtig krass drin gewesen. Oh. Hallo? Oh, das ist bitter. Ja, das ist bitter. Aber nicht das Ding, das war kein okayer Move. Das war mega schön. Wo bin ich in meinem Leben falsch abgewogen? Ich hab gerade voll den Trauersong gemacht. Ja, für die armen Würmer. Ich hab denen ein richtiges Ständchen gegönnt. Ähm... Hä? Ja, liegt ja noch in den... Ja, bäh, ballern. Ja, schön. Direkt immer auf mich. Fühlt gut. Was machen, Junge? Ah, sehr gut. Und einen weiter. Ja, come on! Bullshit! Bullshit! Wow. War gut. Schmer auf, Jay. Bullshit! Oh, hey there! Oh, hey Bram, ich würd da mal runterspringen. Das hab ich tatsächlich jetzt nicht vor. Der ist voll cool, wenn ich hier einfach easy drüber komme. Kannst du beide mit dem Baseballschläger wegschlagen? Äh, das weiß ich nicht. Das ist mir aber auch nicht so wichtig gerade. Ach so. Ach du willst die so? Okay, das geht natürlich auch. Das könnte übel werden für mich. Bin ja gespannt, ob die zusammen wegfliegen. Ja, gerade ja. Doch, aber nicht. Gerade auch nicht so. Gerade nicht so. Und er lebt noch. Wow. Gerade. Aber welcher von meinen ist jetzt dran? Ah, ich hab ja nur noch zwei. Ich würd die ja immer noch da retten, ne? Der hat immer noch keiner Wasser hingeschmissen. Da kam ja auch nur keiner da dran. Der ist einfach quer über die Map, was er dahinten... Ja, warum hast du das nicht gemacht? Gerade. Ich wollte die beiden von meinen töten. Ich glaub, man kommt da nicht hoch. Ich glaub auch. Das ist so ne Vermutung. Ja. Jetzt ist die Wut da. Ja. Boah, das war gar nicht knapp. Toll. Was wird das, Sepp? What the fuck? Ich muss da weg. Ich muss da weg. Ich will nicht zu den beiden Dulli-Bärs da. Ist okay. Oh, oh, oh. Das ist... Das ist... Einfach erstmal Selbstzerstörungsmodus bei Sepp aktiviert. Warum hast du dich runtergespritzt? Hattest du Sorge, dass du da einen dann mittriffst? Äh... Nein, ich hatte keine Zeit mehr. Ah, okay. Ich hab zu lange versucht, Doppelsprung zu trainen. Ja, ey, ich sag mal so, ne? Deine Schwimmer können bestimmt cool schwimmen, Sepp. Ja. Ach, James. Komm. Komm. Scheiße. Es funktioniert nicht mal. Oh mein Gott. Ja, ich hab halt keine Sprühdose mehr. Ach so, die Sprühdose. Ja, genau. Ja. Ihr habt die doch gerade schon feierlich... Ihr habt doch gerade schon feierlich einen Doppelkill gemacht mit Wasser. Oh, die krieg ich hier nicht so einfach weg. Da muss ich... Da muss ich die Sprühdose, glaub ich, benutzen. Ja, die ist gut. Auf die Leiche von Bram. Ja. Ja. Und stay there. Ja. Definitiv belastend. Und... Aber... Das Problem ist, der ist immer dran. Der ist jetzt dran. Immer. Der letzte Wurm vom Bram. Der ist gut versorgt worden. Der ist der letzte Wurm vom Bram. Und... Der kann mit dem Ninja-Seil... Richtig krasse Tricks. Wir sind voll so in Klassen aufgeteilt. Oh mein Gott. Ja, der Bram, der kann das. Erst links Bram, dann Peter, dann ich, dann Seil. Geil! Das ist das doch. Okay. Aber den töten bringt gar nichts. Du musst die anderen beiden töten. Ich weiß, aber ich guck mal gerade was... Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay, und jetzt? Geht so. Noch mehr Wasser zu Seil. Geht so. Ich glaub, das wäre da mal nix. Du hast doch ein bisschen gehofft, dass der Zweier vielleicht ersäuft oder so. Oder rüber geht und dann da bei den anderen explodiert. Okay. What should we do here? What should we do here now? What should we do here? Ich würde da wegteleportieren. Immer noch. Das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Ja. Also, dass du da unten immer noch bleibst. Das finde ich oft irgendein bisschen crazy. What should we do here? Okay. What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? What should we do with the drunken sailor? Das sieht gut aus für Jay, diese Runde. Haha. Meine Würmer stehen doch alle scheiße, Peter. Naja. Ey, die stehen doch nicht gut. Ja, aber du hast halt viele. Ist auch noch drei Stück. Ja, aber damit weniger als Jonathan. Das ist richtig. Aber deine stehen höher. Das ist richtig. Das sieht für dich auch gut aus. Ja, deswegen habe ich vorher noch auch gesagt, weil ich mich und ihn meinte. Oh. Oh. Gut, ob wir da nochmal so ein Gespräch der Hölle geführt haben. Oh. Blup, blup. Wirst du mich jetzt wieder da runterschmeißen? Naja, das funktioniert halt alles nicht. Ach doch, der hat nur begrenzt Seile. Äh, mein Schaf funktioniert noch nicht. Okay, let's go. Oh. Ja, ma. Ah, die geht... Weiß ich nicht, ob die so weit geht. Nee, Peter, die Schaf nennen würde. Ich könnte sagen, weil man zwei erstirbt. Ich hoffe nicht. Ey, wieso? Ey, der steht weit genug weg. Ach, für mich steht er aber auch richtig scheiße. Das hat den geilsten Spot auf der Map. Nein. Einer, Pete. Oh, oh, oh. Das Problem ist, das ist ein Krieg gegen Braff. Der ist schwierig zu gewinnen. Aber Bram, da einfach reinröde. Ein bisschen tiefer, oder? Ah, okay. Oh, das ist scheiße. Oh, au. Ey. Das ist scheiße. Er ist schwer zu gewinnen, sagt er mit drei Würmern. Okay, jetzt nur noch zwei. Ja, weil Bram halt immer mit dem einen dran ist. Du bist auch immer mit deinen gleichen Würmern dran. Also ich hab den gleichen Kampf mit Sepp theoretisch. Wo wir aber auch die ganze Zeit immer abwechselnd dran sind. War dir den Weg? Okay, dann glaub mir. Kannst du fünf Sekunden sparen können? Oh, Falsschaden. Noch nicht. Okay. Da, mit dem Seil einfach hoch. Nee, das kann ich ja nicht kommen. Einfach mit einem Seil. Mach doch mal einfach. Kann ich ja nicht. Einfach. Ein Cluster? Das ist ja jetzt richtig sucky. Deshalb wird keinen Schaden machen. Ich wollte eigentlich den 30er treffen, aber... Ist okay. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ich dachte mir auch grad, die kommt doch zurück. Action man. Alter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Ja, mehr Schaden. Sepp. Achso. Ja, okay. Ja, okay. Ich hab da halt auch die ganze Zeit meinen Krieg. Das ist ätzend. Den hast du selber angefangen. Greif ein, Bauer. Den hab ich selber angefangen. Du bist da einfach natürlich. Ich kann ja auch nicht woanders hin. Oh Gott. Bin da natürlich gewachsen. Stimmt. Ich hab die ganze Zeit gesagt, teleportier dich weg. Oder? Beide Double Kill. Mega. Nee, nicht unbedingt. Gericht ist nicht tot. Sicher? Dann wär sogar ein Triple Kill gewesen. Fuck. Oh, fünf. Moin. Du hast ein Schwein gehabt. Ja, hast du wirklich Schwein gehabt? Sonst wär's eben weg. Den Move musst du ihn mitnehmen. Ah, ja. Schalalalalala. Okay, ne? Aber ob er da jetzt nicht dann hat, äh... Wie heißt das? Unterwasserhass? Ja, mit dem 79er ist es auch schwieriger, gegen Bram zu kämpfen, weil der halt unten ist. Ja. Ich glaub, ich lass den am Leben. Misch dich mal da unten ein. Piss halt, ich wähle dich. Ich glaub, ich bin tot. Echt? Oh ja. Oh nein, so viel Falsch haben. Oha, was? Mach doch mal jetzt hier. Oha, was? Okay. Okay, interesting. Schade? Mach ich denn jetzt hier. Mach ich denn jetzt hier? Du kannst doch den 156er jetzt killen, oder nicht? Schon, ne? Also, vermute ich jetzt mal. Ne, da komm ich nicht drüber, ne? Da kommst du, glaub ich, nicht drüber. Er wird nicht so weit kommen. Ja, damit. Er wird aber nur runterfließen. Meinst du nicht, dass er damit nicht hier in Nirvana gespült wird? Naja, anscheinlich. Äh! Äh! Oh, war das so. Alter. Da war nichts knapp dran, das war. Ja, da war schon ein bisschen knapp. Da war schon knapp. Hey. Ach, Jay. Ich gönne mir jetzt so'n Energy Boy. Du wolltest da aber auch nicht weg, das fand ich auch passionierend. Naja. Hab ihm gesagt, teleportier dich. Mehrmals. Hab das Spiel auch nicht gefühlt. Ja. Wusste ich einfach nur weg teleportieren. Oben links ist ein riesiger Felsen. Ja. Der höchste der Welt ist. Das nennt man Sturheit im Alter. Ah ja, okay. Aber dafür bist du jetzt kaputt. Ja, ist okay. Kann ich wenigstens noch ein bisschen lachen hier. Aber du hast doch nichts zu lachen gerade. Ja, ja, okay. Schon wieder. Achso, okay. Was hat der denn jetzt? Wie, was, was hat der denn jetzt? Der war ein Teleport. Nein, was soll. Nicht, was war. Was hat er? Jetzt muss ich doch, jetzt muss ich doch die Seite wechseln. Jetzt, äh, jetzt hat der da wieder, jetzt ist der wieder Health gekommen, das ist frech. Da wäre gerade fast mein Trink rumgefallen. Äh, das hält ich gerne, dankeschön. Ich hab gestern, ne ne, ich hab vorgestern meine Tastatur sauber gemacht. Alter, das war echt eklig. Glaub ich. Autsch. Warum geht nur auf mich, ey? Nur. Naja. Peter geht nur auf mich und selbst. Der eine steht halt ganz unten rechts, der andere steht ganz links. Ich weiß noch nicht, was von da aus gleich kommt, aber ich habe... Guck mal, da ist wieder was zum Einsammeln, nice. Oha. Was sind denn alles für strange Moves, die hier passieren? Warum? Ja, das frage ich ja dich. Wieso war das denn strange? Ich finde das irgendwie strange. Okay. War das jetzt nicht so schlimm. Peter, das ist doch gut. Warum sollte ich mich jetzt, warum sollte ich mich jetzt da oben bei eurem Fight einmischen? Wieso? Peter, jetzt mach doch einfach mal was anderes. Das geht doch mal woanders. Nein, Peter. Als wenn du jetzt einfach dich wieder da hinstellst, du Sack. Und zu Jay schießt. Glaub dich da rein. Äh, falsch. Ach, schieß halt zu Jay die Öffnung. Nee, der gräbt. Ah. Ich habe ja noch Zeit zu schießen. Das hier. Das wird ein Zeitspiel gerade, wird das hier. Ja, du musst jetzt einfach doch da nur ne Dingens hinlegen, oder? Ne, ne Holey für Peter. Nee. Weiß nicht. Kannst du? Ich würde eher auf Jay es da rechts gehen. Ja, das ist richtig. Das habe ich vor. Der G auf steht ja nämlich extrem doof. Ach, Quatsch. So doof steht er da nicht. Du kannst gut funktionieren, oder? Ich glaube schon. Ach, Quatsch. Da passiert gar nichts. Nimm dir noch die Kiste mit. Da passiert gar nichts. Ich bin gespannt, wo jetzt gleich die Bananas kommen. Wer ist denn der erste? Die kommen in Pyjamas, kommen die. Guck mal, was da wieder ein Münzchen liegt, Peter. Ja, ja. Ich seh's. Ne, Jonathan. Was denn? Ich kann Doppelsprünge. Die kommen nie an aus dem Winkel. Oh Gott. Die macht die Kisten kaputt. Oh, Jay hat korrigiert. Das war ja mal gar nichts. Ah, das war bad. Ah, Joy. Geh dir erstmal die Münzchen und dann wieder zurück mit dir ins Loch, ja? Hast du eigentlich den Fallschirm noch? Oder hat man mehrere davon? Man hat mehrere davon. Zwei hat man davon. So, jetzt schmeißt du mir da oben die Holy hin, oder was? Das versuch ich zumindest. Okay. Ist machbar. Schmeißt du die danach auch da runter, ja? Ich wollt grad sagen, du bist dann da unten aber auch offen. Oh, das ist schlecht. Oder, es ist fein für mich, wenn die runterfällt zu dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Peter, wir einigen uns einfach darauf, dass du dein eigenes Spiel machst, ja? Ja. Okay. Ja, Holys laufen heute gerade steil. Und ich kümmere mich nochmal kurz da vorne. Ja, kümmere dich nochmal kurz da vorne rum. Müsste doch dann eigentlich ganz okay funktionieren, oder? Ja. Ich glaub schon. Du darfst nur nicht zu weit werden. Er könnte schwimmen gehen, ja. Vielleicht ist Jonathans Luck wieder mit dabei? Nee, glaub ich nicht. Gerade schon gesagt, er geht weg. Ei. Oh. Jeder einen Wurm. Oh Gott, Furz war weg gespückelt. Oh Gott, Furz war weg gespückelt. Oh Gott, Furz war nur ein Furz. Das ist alles hier super straight gelaufen, diese Runde. Schade. Der musste hinterher. Das war Armageddon. Schade. Ja. Macht Ellen jetzt. Ja, der baut jetzt eine Rampe, damit der gleich nach rechts schmeißen kann. Ah. Verstehe. Also setz dich da drauf. Ja, ich muss mich, ich stell mich schon mal höher. Ich hab ja nicht so ein, ich hab ja nicht so ein, mir steht das Wasser ja noch nicht bis zum Kopf, im Gegensatz zu manchen anderen Würmern. Ja, ich bin am Arsch, Junge. Du hast doch noch nicht Teleport gern und so ein Scheiß. Ab mit dir ins Löchlein. Nee, da will ich erstmal nicht ran, da kannst du mich zu sehr treffen, ehrlicherweise. Also bleibst du da jetzt einfach eine Runde, das wäre auch okay für mich. O.J. auf dem Stahlträger einfach wie ein Snack mit einer Explosion. Dann würde ich mich um Jay kümmern oder zumindest probieren, wenn der da rechts steht. Ich weiß. Geh doch mal auf Bram, du willst doch so eine Mission, Peter. Das ist alles nicht so einfach. Geh doch mal doch weg. Ah ne, jetzt nicht mehr das mögliche. Ach ja, wenn du das triffst, ne. Okay, mal gucken. Also ich habe jetzt die Möglichkeit Jay auszulöschend. Das lass es mal. Das ist eine Lenkrakete. Mit ein bisschen Skill. Ach scheiße. Also das heißt nicht, dass ich das schaffe, das heißt nur, dass ich die Möglichkeit habe. Das ist aber nicht so cool. Mach das mal nicht. Also Peter ist ja sich selbst der nächste Feind. Kann man so sagen. Ja. Na toll. Okay, du musst ja nur rechts von ihm explodieren, das reicht ja schon. Mann. Das ist ja besser als Lenkrakete. Kannst du aber auch nicht riechen, dass du da ein Superschaf kriegst, ey. Scheiße. Dann kannst du auch nicht riechen. Das habe ich auch schon selber gekauft. Ich hatte schon so einen Plan mir zurechtgelegt. Das ist gar nicht so billig. Das ist ja eine der Topwaffen. Oh das ist eine Topwaffe. Oh das ist eine Topwaffe. Oh das war okay. Das stimmt. Du hättest nämlich rechts. Alter. Du hättest jetzt gewinnen können. Ja. Hätte ich auch. Das ist richtig scheiße. Ich hätte gewinnen können. Mein Gott. Jetzt mach die Banane und töte ihn wenigstens. Gewinn den Krieg. Oh mein Gott. Was ist denn das? Wieso machst du denn jetzt? Oh Gott. Ja komm, die ist direkt über dem explodiert. Oh Gott. Oh Gott. Okay Bram, wie möchtest du ihn felitieren? Also ich möchte wirklich sagen, dass ich Sepp ausgeschaltet bekommen habe. Im Gegensatz zu dir, deinen Feindfeder. Ja, ich habe auch dir geholfen. Hast du mir geholfen? Mit dem Schaf, das fast vier Leute gekillt hätte. Ja, Quatsch. Du hast mich damit gekillt. Ja, Sepp auch. Nee. Okay. Was mache ich jetzt? Schön, dass die Spielbeweisungen hier stattfinden und Bram einfach triumphierend besser ist. Natürlich. Schmeiße ich dir jetzt eine Wasserbombe ins Gesicht? Nee, komm wir machen das ganz safe. Nee, Wasserbombe könnte da auch in die Hose gehen, Bram. Na, bevor ich da halt daneben geballert habe, war ärgerlich. Das hätte noch so eine Möglichkeit sein können. Das wäre dein Sieg gewesen, glaube ich. Oh Mann, 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 ey. Uns halt mögen. Sollte nicht sein. Aber Bram, ey, wirklich stark, muss man auch mal sagen. Du reichst. Was auch nicht so viel. Na stark. Ich hatte aber auch nicht so viel Fokus auf mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das stimmt, das stimmt. Ich hab mich persönlich auch sehr gut gefühlt. Dann, bedankt für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und Liebe. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.